Hallo zusammen, AI Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der schwarze Locus, anzunehmen bei Himmelschweiber Adenedal, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Vor Quest war Fotoprobleme. Nehme ich hier die Quest mal an und dann darf man hier hinauslaufen, zu dieser Position. Quest ist dann auch schon abzugeben, bei Telemantin Evelyn, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.